Vivi hat eine Handvoll Collectibles geburnt. Wir schauen uns an, welche genau. Außerdem hat Ikumi ihren Air-Drop gemacht für alle Leute, die in der ersten Series der Omi Rewards Session dabei waren. Und wir schauen uns beide kommenden Marvel Comics auf der Vivi App an, wo das eine tatsächlich gar nicht mal so uninteressant ist. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Und starten wir auch direkt rein mit dem ersten Thema und zwar nämlich den Burns von den Collectibles. Und das sind zum Beispiel unter anderem die Star Wars Digital Comics bzw. Return of the Jedi Posters. Wir haben ja noch die Sesame Street Golden Series, auch geburnt. DC Dark Knights Metal Emblem wurde auch geburnt. Und Disney 100 Platin Moments wurden auch geburnt. Also ihr seht schon auf jeden Fall hier, eine Menge, Menge Sachen sind definitiv geburnt worden. Im Endeffekt wird sich das wahrscheinlich auch dann langfristig auf den Preis auswirken. Wie viele Editions genau pro Collectible geburnt wurden, kann ich tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ich hoffe, dass wir dazu vielleicht sogar nochmal eine Statistik bekommen, wie viele schlussendlich weg sind. Ich werde euch natürlich darüber informieren, sobald ich da weitere Informationen habe. Schauen wir uns nun die Omi Rewards Season Nummer 1 an. Hier gab es ja einen exklusiven Airdrop für alle Leute, die daran teilgenommen haben. Und insgesamt wurden hier drei Collectibles gedroppt. Als allererstes einmal hier diesen Red Circle für alle Leute, die mindestens einen Omi Token gestaked haben. Das Ganze hat eine Edition zwar von 13.733. Dann haben wir hier unten noch das Red & White Logo. Davon gab es insgesamt 3.326. Und das waren für alle Leute, die mehr als 75 Bronze Tickets geönt haben. Das waren in diesem Fall eine Million Omi Token, die in der App gestaked wurden. Und dann haben wir hier unten noch das Logo Ecomi in der Silver & Red Variante als Secret Rear. Für all diejenigen, die über 10 Millionen Omi Token oder 10 Millionen Omi Token in der App gestaked haben. Insgesamt 567 Leute waren das. Was schon wirklich eine Menge ist, meiner Meinung nach. Und dementsprechend gibt es tatsächlich auch für die einen sehr, sehr coolen Airdrop. Momentan, glaube ich, der Preis ist relativ gut. So 400 bis 600 Gems. Also auf jeden Fall ein cooler Airdrop, eine coole Aktion. Dennoch hätte man, meiner Meinung nach, hier mit den Airdrops ein bisschen mehr machen können. Denn wenn man sich hier oben mal diesen roten Kreis anschaut, weiß ich nicht. Da hätte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr rausholen können. Ehrlich gesagt, als einfach nur so eine geometrische Form dahin zu machen. Kommen wir zu den nächsten Comic-Drops. Und starten wird das hier mit Deadpool. Hashtag 45 aus dem Jahr 208. Das Ganze werden wir hier am Dienstag, dem 16. April um 17. deutscher Zeit sehen. Das Ganze wird hier insgesamt mit 5 Covern wie immer kommen. Und das Ganze wird hier auf jeden Fall, ja, nicht wirklich interessant sein. Für mich persönlich, von den Covern her. Genauso wie auch vom Preis. Auch wenn wir hier die First Appearance of Evil Deadpool drin haben. Und diese eventuell vielleicht auch nochmal in der Zukunft eine größere Story. Sind hier die Preise nicht wirklich interessant. Eine 9.8 gerade mal für 125 Dollar. Und das Ganze wurde sogar als letztes in 2023 verkauft. Also auch schon wieder eine Zeit her. Und damit sprechen für mich persönlich auf jeden Fall kein Drop, den ich mitnehmen werde. Ein Drop, den ich aber definitiv mitnehmen werde, ist der Silver Server Hashtag 3. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze hier mal ganz genau an. Wir werden den Drop hier am 18. April, das heißt am Donnerstag um 17. deutscher Zeit sehen. Mr. First Appearance of Mephisto. Außerdem werden wir hier natürlich auch sehr, sehr coole Cover bekommen. Das sind einmal hier die Cover, die wir dann insgesamt sehen werden. Für mich persönlich ist hier so ein bisschen die Frage, ehrlich gesagt, warum man die Rare und Ultra so geringfügig verändert hat. Wir nehmen es dann schade. Hätte man mehr daraus machen können, glaube ich. Ansonsten haben wir hier einen Listenpreis von 7 Gems. Wir haben hier außerdem eine Editionzahl von gerade mal 5000 Stück. Also auch nicht gerade viel. MCP Priority Bidding ist hier wieder bei 5000. Und wir werden hier mit der First Public Mint von 158 starten. 40% von den gesamten Editions hier werden aus dem First Priority Bidding für MCP benutzt werden. Und ja, schauen wir uns mal vielleicht nochmal die Go-Collect-Daten zu diesem Comic an. Denn diese sind wirklich gar nicht mal so schlecht, wenn wir uns das Gesamte hier mal anschauen. 9.8 wurde hier für 38.000 Dollar durchschnittlich verkauft, was insgesamt momentan auch noch 8 Grades entspricht, was nicht wirklich schlecht ist. Eine 9.6 mit 48 Grades haben wir hier mit insgesamt einem Preis von 5750. Also auch auf jeden Fall nicht gerade wenig. Danach stürzt das Ganze aber relativ schnell ab. Und wir sind hier im Prinzip schon bei einer, ja, sagen wir mal 5.0 bei ungefähr 500 Euro bzw. 500 Dollar, was jetzt nicht wirklich viel ist. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, dass es auf jeden Fall kein schlechtes Comic ist. Man kann es, denke ich, mitnehmen für 7 Dollar. Ist das, denke ich, okay. Kommen wir als nächstes zum Omikurs. Und dieser hat gelitten, genauso wie alle anderen Märkte auch. Denn gestern gab es ja den Start des Konfliktes zwischen dem Iran und Israel. Und dementsprechend, ja, ist natürlich auch der gesamte Markt hier abgeschmiert. Weil halt Bedenken natürlich bestehen, dass das sich ausweiten könnte auf weitere Gebiete im Nahen Osten. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal trotzdem den Chart nochmal an. Denn es kommt tatsächlich relativ genau so, wie ich es mir fast schon gedacht habe. Und wie es zum Beispiel auch Johns Cryptotherapy auch mehrmals angedeutet hat, dass wir dieses Level nochmal sehen können. Derzeit sieht der Chart momentan so aus. Wir sind jetzt hier in der Weekly-Ansicht. Wir haben jetzt hier eine Wicke gehabt in diesem Bereich, wo wir auch schon vorher sehr, sehr häufig hier abgelehnt wurden. Und ja, insgesamt haben wir jetzt im Prinzip potenzielle Level. Also hier haben wir das letzte Low. Und wir sind tatsächlich auch ganz schön nah da dran gewesen. Wenn man sich das Ganze hier nochmal anschaut, das sind tatsächlich nicht so viele Prozente. Das waren hier gerade mal 5 Prozent, wo der Markt hier weg war von einem neuen Low. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir eventuell hier noch ein Low sehen können. Sollten wir uns in den nächsten zwei bis drei, vier Tagen oder in der nächsten Woche, sagen wir es mal so, über diesen orangenen Bereich arbeiten können, dann können wir auf jeden Fall ein neues Low ausschließen. Sollte er sich aber hier noch weiter in diesem Bereich aufhalten, könnten wir mit einem Flash-Crash hier auf jeden Fall nochmal ein weiteres Low sehen. Das sind auf jeden Fall so meine Vermutungen und auch Gedanken zu der aktuellen Lage beim Token. Ob wir danach einen massiven Push sehen werden oder nicht, das wird man dann sehen. Ich persönlich gehe aber ganz, ganz stark davon aus und würde mir auf jeden Fall auch sehr als Reaktion, wenn wir hier ein neues Tief machen sollten, auf jeden Fall schon so eine Reaktion, wie wir sie hier hatten, nämlich so in etwa von 50 Prozent in einer Woche wünschen. Ich werde euch natürlich aber hier auf dem Laufenden halten. Das Ganze ist natürlich aber auch kein finanzieller Ratschlag, hier natürlich reinzusteigen von meiner Seite. Das Ganze ist nur meine Perspektive, wie ich momentan den Markt so sehe. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Ich hoffe, dir da draußen hat das gesamte Video gefallen und ansonsten wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und einen schönen Sonntag. Und bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.